Hey, was geht ab YouTube? In dem heutigen Video zeige ich dir die drei Locations der Mokoko-Samen auf der Sonnenblumeninsel. Viel Spaß! Falls dir das Video in jeglicher Art geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein kostenloses Abo freuen. Glaub mir, dieses hilft in die enorme Wachstum des Channels und für dich ist es nur ein kleiner Klick. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen und am Ende des Videos verlinke ich dir nochmal zwei weitere Videos für andere Mokoko-Samen-Location. Falls du Bock hast, schau doch auch gerne mal bei Twitch vorbei. Link packe ich dir in die Videobeschreibung. In diesem Sinne, haut rein, euer Six.